Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Grounded. Freunde, ich hab mir das überlegt, ähm, für diese Folge, wir müssen weg hier, ähm, es laufen die ganze Zeit, ich weiß nicht warum oder ob man das überhaupt ändern kann, aber ist egal, ich will eh hier weg, ähm, hier unten, die ganze Zeit laufen irgendwelche verkackten Ameisen rein, wollen mir meine Sachen hier klauen, ich hab extra so eine bessere Truhe gebaut, ich weiß auch gar nicht, ob ich die im späteren Verlauf wieder mitnehmen kann, aber, es kotzt mich an, deswegen, wir brauchen ganz kurz eine Stelle, die irgendwie höher ist, Problem ist halt, wo? No! Warum tust du das? Drecksameise, Drecksameise, kuscht euch! Ja, wir brauchen ja eh noch einen Kopf von denen, zack, Junge, kuscht euch, okay, okay, na, ihr seid gleich tot, Hücherbauch! Hahaha! Du kommst mir nicht, Junge! Komm noch her, hol! Hau! Der kam durch die Wand geschwungen! Gib mir deinen Kopf, Junge! Easy, ich weiß jetzt, wie die angreifen, so circa, und zum Schluss wollen sie natürlich abhauen! Hörbe nicht mit mir! Jo, okay, äh, ja, den gehen wir mal ganz kurz aus dem Weg! So, warte mal, was haben wir denn hier? Oh, warte mal, ist das vielleicht eine Ameisenhöhle oder ein Stamm? Oh Gott, es ist wirklich einer! Ja, gegen Ameisenkämpfe habe ich jetzt keinen Bock drauf! Wir brauchen erstmal ein Plätzchen! So, was haben wir denn hier? Eine Hake! No way! Wie groß ist die denn? Dann gehen wir mal ganz kurz nach oben! Ach, du Heilige! Hey, warte mal, wo sind meine Verbände? Ich habe gar keine! Super! Warte mal, das war doch im Trailer! Warte mal, warte mal! Ich habe zwar welche in der Base eingesammelt, wir brauchen kurz dieses komische, äh, weiße Ding da! Dieses Blütending! Oh, schöne Blume! Das sieht nicht nach Unkraut aus! Ja, komm, runter damit! Komm, braucht doch hier keiner! Sieht doch nicht gut aus, Kappa! Ne, sieht wirklich gut aus, aber wir nehmen es runter! Ach, ich kriege die ganze Zeit Nadeln! Ich denke die ganze Zeit, warum kriege ich denn nichts? Oh, können wir daraus Pfeile machen? Es bleibt spannend! Die Sachen brauchen wir jetzt nicht, und zwar brauche ich nur dieses weiße Zeug da! Das hier! Thank you! Sag, warte mal! Okay! Nehmen wir mit! Guck mal, irgendwas stinkt da! Oh Gott! Ich weiß zwar nicht, was das in der Mitte ist, aber es scheint giftig zu sein! Alles klar! Oh, neuer Käfer! Okay, können wir uns später mal angucken! Äh, wir müssen jetzt zur Base nochmal hin! Einmal da hin! Ähm, wie funktioniert das jetzt? Mit Shift? Jo! Wow! Ähm, das hat sich ja voll gelohnt! Nicht! Oh Gott, hier sind mehrere komische Tiere! Das sind die Milben, die ihr gesagt habt? Wo ich gesagt habe, das sind Zecken, aber sind gar keine Zecken? Aber schöne Tiere! Komm her! Komm, komm, komm! Ja! Ihh! Eine kleine Spinne! Ein Baby-Spider! Spiderling! Ach, wie geil ist das denn? Ey, warte mal! Ich sehe gerade, wir dürfen nicht einen Treffer abkriegen, dann sind wir tot! Aber wir hauen mal lieber ab! Ist ein bisschen sicherer! Es wird ja eh dunkel! Schön! Aus! So, haben wir denn hier irgendetwas, wo man sich aufbauen könnte? Alter, sogar die Milben zählen mir mehr als ein Viertel ab! Übertrieben oder was? Oh, guck mal hier! Warte mal! Warte mal, war da gerade was Großes? Nee, ne? Gut! What the fuck? Was war das denn? Haben wir hier noch eine Ratte oder so? Ach du Heilige! Ähm, okay! Großer Käfer! Oh, schöne Punkte! Er will mich angreifen! Oh mein Gott! Geht bloß weg hier! Ähm, ja, hier ziehen wir auf keinen Fall hin! Da ist alles giftig! Äh, können wir auch nicht hin! Höhe doch auf, kleiner Höhe doch! Was? Kein Wunder, dass sie euch vergiften wollen! Ach du Kacke! Die spucken ja alles voll! Ja, äh, gehen wir später hin! Ab nach Haus! Mal schauen! Wir haben hier eine Quest! Pin die Quest an! Delivered Tech-Chips to Burgle in order to unlock Items! Ach genau, was ich noch herstellen wollte! Hier! Ich weiß zwar nicht, ob es ein kleiner Freund dann vor mir ist oder so, aber ein Versuch ist es wert! Hä? Warte mal, warte mal, warte! Nein! What was that? Oh Gott! Hä? Leute, ihr könnt es nicht richtig sehen! Warte mal ganz kurz! Oh, hab ich jetzt gerade keine Fackel oder so? Das sind fette Ameisen! Hä? Noch nie gesehen! Ähm, wir versuchen mal ganz schnell zu schlafen, ja? Ich weiß... Sie ist sogar drin! Ey, for real jetzt? Kusch nicht! Oh mein Gott! Komm raus, komm raus, komm raus, komm raus aus meiner Hütte hier! Komm an! Komm, Baby! Schlagen wir uns hier draußen! Ich will nicht... Ja, abends ist das schon mal eine ganz andere Atmosphäre! Behaupte ich jetzt einfach mal! Sieht aber cool aus! Schlafen! Okay, wir brauchen aber jetzt ganz kurz diese zwei kleinen Viecher! Also diese komischen grünen Dinger! Hi! Okay, einen hab ich schon mal! Nö, mein Kleiner! Jo! Nice! Was bist du? Ich hab's hergestellt! Okay, warte mal! Aber was ist das jetzt? So, wir haben's jetzt einmal... Bam! Nein, sag jetzt nicht, wir haben einen kleinen Freund! Ganz ehrlich, ich setze ihn aber noch nicht hin! Wir brauchen erstmal eine neue Position hier! Mal schauen! Ameisenhelm! Okay, wir können uns schon mal einen Helm machen! Dann können wir uns Schuhe machen! Ne, Knie! Okay, warte mal! In part! Wir brauchen noch mehr und Acid Glant! Was auch immer das sein soll! Mal schauen! Also, wir können jetzt erstmal unseren Helm anziehen! Ähm, Equip bitte! Und einmal die Knie! Guck mal! Sieht ja eigentlich schon so einigermaßen gut aus! Und dazu können wir mehr aushalten! Leider mussten wir doch nochmal einen Umweg machen! Und zwar hier rein! Ähm, wir haben hier oben links eine Mission! Und diese Mission befindet sich hier unten! Irgendwo hier unten ist ein Chip! Und den müssen wir mitnehmen! Ich hoffe, hier ist jetzt nichts! Das nehmen wir natürlich auch mit! Damit können wir schöne Fackeln machen! Hallo? Nein! Hör, wie soll ich denn da runterkommen? Ja, natürlich! Jetzt kommen wir auch noch die fetten Ameisen! Ähm, warte! Halt es durch! Halt! Oh, shit! Okay, ich krieg trotzdem Schaden ab! Egal! Irgendwo hier unten ist der Chip! Ich muss ihn mitnehmen! Ach, hallo, kleine Ameisen! Mit dem kleinen bin ich zu... Oh Gott, da ist die große! Ähm, Chip, 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 Chip! Wenn ich wüsste, wie es ausschaut! Alter, das ist hier zu groß hier unten! Oh my God! Ähm... Da! Dö! Hallo! Ja, kacke! Ähm... Jo, warte mal! Hier unten... Ne, das ist kein... Es ist kein Chip! Iii, Larven! Ich klaue ihre Kinder. Ja, ja. Pech gehabt. So, warte mal. Oh mein Gott. Ein Secret? Rotten Bee-Face-Mask. Leute, ich hab ne... Ich hab ne Bean-Maske gefunden. Wie geil ist das denn? Warte mal. Equip. Yo. Ey, wir können dadurch schneller rennen, glaub ich. Ah, wer ist hier gestorben? Mein Bruder. Meine Schwester. Ich weiß es nicht. Ist egal. Wir nehmen alle Kinder mit. Haben sie Pech gehabt? Jetzt haben sie keine mehr. Ähm, ja, gut. Dann nehmen wir das noch mit. Das lassen wir erstmal für ein bisschen Licht. Aber hier unten, wie gesagt halt. Ich hab vorhin was angeguckt. Und hier sollte ein Chip sein. Das sah für mich gerade aus, als ob es geleuchtet hat. Wir brauchen das. Wir brauchen das. Ich brauch das für hier. Wie heißt es? Reparatur der Ausrüstung. Hey, cool. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier unten reinzugehen. Ja, und ich hoffe, wir kommen auch raus. Jupp. Da unten ist ein Loch. Da war ein Loch. Habt ihr das gerade gesehen? Okay. Eventuell müssen wir gleich nochmal zurück. Oder wir sind hier... Äh, okay. Äh, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob wir jetzt richtig sind. Aber ich glaub, wir sind es. Einmal kurz trinken, bitte. So, nicht... Sie hängt fest. Du bist die erste Arbeiterameise, die ich töten werde. Alter. Alter, haben die viel Energie. Stell dich mal vor. Ich würde eins gegen eins gegen die machen. Wehe, du kommst frei. Hahaha. Ah. What? Hey, ich hab doch zwei. Warte mal. Kann ich dich reparieren? Es funktioniert. Okay, wir sind da. Let's go. Du musst leider aufgeben, okay? Good night. Oh, Baby. Na, deinen Kopf können wir nicht mitnehmen? Ey, die sehen aber auch krass aus. Hätte ich niemals gedacht, dass jetzt auch hier solche großen Ameisen sind. Aber ist egal. Wir müssen halt weiter. Ähm, kam ich jetzt hier her? Ja, doch. Hier kam ich her. Genau, hier hab ich sie getötet. So. Dann müssen wir weiter im Labyrinth. Ah. Oh. Hä? Ist es... Until... Ich glaub, ich hab's. Und hier... Schon wieder ein Toter. Schon wieder ein Toter? Ich hab schon wieder Rotten-Bee-Face. Und jetzt haben wir das auch noch. Schultern. Und die sehen halt so aus. Gefällt mir. Lassen wir auch an. Ach, guck mal. Und Acid Glant haben wir. Okay, schau mal. Cool, 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 cool. So, schnell raus hier. Schnell raus hier. Sind wir richtig? Naja, bis jetzt geht's nach oben. Scheint wohl richtig zu sein. Ja. Darf ich durch? Dankeschön. Ich glaub, wir müssen hier lang, wa? Ja, das sieht sehr gut aus. Hallo, Ameise. Ja. Freiheit. Oh mein Gott. Okay. Jetzt müssen wir zum Baum. Wir müssen den Chip übermitteln. So, wir können jetzt auch das Oberteil bauen. Das ziehen wir auch natürlich... Warte mal. Was ist eigentlich... Guck mal. Das, was wir sogar gefunden haben, ist stärker. Dann hätte ich das hier gar nicht mehr bauen müssen. Oh. Erstmal das hier anziehen. Ja, ja. Ich will die neue Rüstung noch nicht kaputt machen. Deswegen packe ich die jetzt auch erst mal hier unten rein. Perfekt. Ja, dann würde ich schon mal sagen, Es ist zwar dunkel, aber wir gehen weiter. Ich hab jetzt extra eine andere Fackel gebaut. Äh, so eine... Keine Ahnung. Glühwürmchenfackel? Keine Ahnung, wie es genannt wird. Ey, warte mal. Hier ist eine Dose. Kann man da rein? Ach, wie geil. Oh, geil. Cola. Trink schön, trink schön. Oh, Slup, Slup, Slup. Kann man hier unendlich trinken? Ne, schade. Das wäre doch geil gewesen. Ey, hier kann man sich auch reinbauen. Wäre auf jeden Fall eine Alternative. Hab den Weg gefunden. So, jetzt müssen wir nur noch zu Wall-E hin. Da bist du, Kollege. Ähm, hier, ich hab was für dich. Ähm, ich hab einen Chip. Nimm ruhig. You know, in Britain... Okay, in Britain. Okay, they call Fry's Chip. Okay, continue. Ähm, hast du irgendeine Arbeit für mich? Three Bold Quests. Okay, er hat drei Quests für uns. Hunter. Okay, Affit. Ähm, Accepto. Accepto und Accepto. Nimm wir alles mit. Ja, dankeschön. Ja, super. Ähm, dann können wir ja gleich wieder hier raus. Oder hast du noch irgendwas? Oh, I'll trade you some raw science. Hey, warte mal. Was haben wir denn hier? Multi-Story-Bases? Wir haben 3000 noch was. Guck mal, man kann sogar mehr erlernen. Auf jeden Fall würde ich schon mal sagen, dass wir das jetzt hier machen. Wir beinen das. So, und dann das hier würde ich schon mal sagen. Beinen wir auch. Alles klar, die Quests werden nicht angezeigt. Aber naja. Okay, Affits sind Blattläuse. No problem. Guck mal, er ist der getötet. Die kleinen grünen Dinger sind das. Aha. Oh, wartet. Wir haben noch eine Schaufel. Komm mal her, hier. Äh. Darf ich dich angucken? Ach, du bist ja hübsch. Äh. Äh. Ey, wartet. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist das hier? Das ist das. Da können wir, glaube ich, Wasser... Äh. Eigentlich voll abartig. Es tut mir leid, Kleiner. Wie abartig der ist. Ah, eine kleine Höhle unterm Baum. Können wir auch gleich reingehen. So, kurz die Augen zuhalten. Oh Gott. Ach, einen Marker. Dankeschön. Mehr ist es nicht. Ey, ich sehe wirklich nicht, als ob ich in den Himmel wäre. Okay, und was das da unten ist, habe ich keine Ahnung. Ach so, Wasser. So, und jetzt gehen wir hier unten mal rein. Hier scheint ja irgendwas... Okay. Ja, ja, ich habe dich noch gesehen. Gut, dass wir rausgegangen sind. Okay. Wieder was geschafft? Okay, wir gehen mal ganz kurz zu diesem Marker hin. Ich weiß, wo der ist. Hier könnte man auch was Geiles draus machen. Höh. Ähem. Okay. Ih, diese ekligen Dinger, die kenne ich doch auch irgendwoher. Die habe ich schon in Relev gesehen. Richtig eklige Viecher. Okay, aber egal. Warte. Wir sind also im neuen Gebiet, kann man sagen. Deswegen sind die hier. Eieiei, was ist noch hier? Irgendwann kommt hier ein riesiger Vogel und pickt uns weg einfach. Eieiei, wo das jetzt aber genau sein soll, habe ich keine Ahnung. Komm raus hier. Hallo, Mosheri. Bist du wunderschön, bist du? Ach, du scheiß ekliges Dings da. Frisch dich. So, da unten haben wir es doch. Aha. Ähm. Ja. Ich wette, safe, dass dahinter was ist. Ja, es geht da rein. Ohne Licht ist aber schwer. Dann wollen wir doch mal. Irgendwas muss hier drin sein. Aber mal gucken. Oh, wartet mal. Hä? Okay. Eine neue Station. Und vielleicht sogar noch mehr. Okay, haben wir schon alles entdeckt? Keine Problem. Haben wir alles? Ähm. Gibt es hier denn auch einen ganz normalen Aus... Okay, das ist das Ausgang oder... Was ist jetzt hier drin? Das... Okay. Secret. Äh. Gut. Ich glaube, bevor wir hier reingehen, müssen wir uns vorbereiten. Ne, ne. Da gehe ich noch nicht rein. Und die letzte Mission fertig. Ja, geil. Drei Missionen wieder fertig gemacht. Schön. Ah, da sind wir wieder. Gut. Hinlegen. Ja, Freunde. Dann haben wir heute einiges geschafft. Ey. Nächste Folge... Würde ich schon mal sagen, diese Base wird dann nicht mehr stehen. Wir ziehen dann um. Wo wir dann hinziehen, werden wir dann halt noch sehen. Und was wir da gebaut haben, dieses kleine Tier, werden wir dann halt auch sehen. Aber ich glaube, es ist nur Deko. Naja, Freunde. Dann würde ich schon mal sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn es euch natürlich gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.